Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Mercedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 25. Juli. Und wir beginnen am heutigen Donnerstag zunächst mit dem 4-Stunden-Chart im hier vorliegenden S&P 500. Die Ichimoku-Wolke wurde hier bereits zuvor nach unten durchbrochen, damit wurde ein Short-Signal generiert. Die Gegenbewegung entpuppte sich hier klar als normale Erholung im übergeordneten bereits bestehenden Abwärtstrend. Wir konnten den 50er EMA, die dunkelblaue Linie, hier nicht mehr nachhaltig nach oben erobern, womit dann nur eine Erholung in der Extension wahrscheinlich war. Und in der Folge sind wir dann auch am Vortag, am Mittwoch kräftig eingebrochen und hier unter den 10er EMA gefallen und außerdem aus dem langfristig steigenden Trendkanal gerutscht. Zudem wurde im 4-Stunden-Chart auch der 200er EMA nach unten durchbrochen, der aktuell bei 5.475 Punkten notiert und wir sind dann nahe dem Tagestief bei 5.428 Punkten aus dem Handel gegangen. Wir machen dann weiter mit dem Tagesschart im S&P 500. Da hatte ich bereits am Vortag darauf hingewiesen, dass wir hier den 10er EMA nicht mehr nachhaltig erobern konnten. Wir sind hier nur kurz angestiegen über den 10er EMA, bevor es dann wieder abwärts ging und wir sind dann auch mit dieser bärischen Tageskerze außerdem aus dem Handel gegangen. Diese bärische Tageskerze wurde dann am Vortag bestätigt und wir sind dann kräftig eingebrochen und wie gesagt aus dem steigenden Trendkanal sowie außerdem auch im Tagesschart unter den 50er EMA gefallen. Solange wir nun unter dem 10er EMA dieser hellblown Linie bleiben, ist dann mit kurzfristig eher weiter fallenden Kursen zu rechnen. Sollten wir im weiteren Kursverlauf auch die Ichimoku-Wolke hier nach unten durchbrechen, würde sich die Lage für den S&P 500 auch langfristig deutlich eintrüben. Wir machen dann weiter mit dem Tagesschart zum hier vorliegenden Tagesschart. Auch hier sind wir am Vortag wieder zurückgekommen, aber nicht so stark eingebrochen wie der S&P 500. Wir haben aber trotzdem hier diese bärische Vortagesskerze hier bestätigt und sind am Vortag dann weiter runtergekommen und auch hier nahe am Tagestief aus dem Handel gegangen, konnten uns aber hier noch über der Unterstützung von 18.350 Punkten halten. Aber möglicherweise werden wir dann am heutigen Donnerstag hier weiter nach unten durchbrechen und dann Kurs nehmen auf diese untere Trendkanalbegrenzung. Diese untere Trendkanalbegrenzung dieses blauen Trendkanals ist sehr wichtig. Wie wir sehen, sind wir bereits hier seit Mitte April immer wieder an dieser Begrenzung nach oben abgeprallt. Und auch bei dem aktuellen Rücklauf könnte es dann hier zu einer Bodenbildung kommen und dann zu einem erneuten Abprallen nach oben. Gut und damit wären wir dann auch wieder durch für heute mit dem I&G Markets Morning Call. Ich melde mich dann wieder am morgigen Freitag mit dem I&G Markets Morning Call und wünsche Ihnen für heute noch viel Erfolg im Training. Vielen Dank. Vielen Dank.